Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drackensang. Ja, in der letzten Folge haben wir so gesehen dem Sonnenkreuzzug den Krieg erklärt. Auch wenn es nicht klar ist, ob sie jetzt... Ja doch, sie hat jemanden zurückgeschickt, der sie warnt. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Gut, sie hat nichts Neues zu sagen, jetzt nachdem wir die paar Leute da erledigt haben. Wir sollten auf jeden Fall jetzt erst einmal das Lager des Sonnen- und der Bandstrahler meinen. Und ja, Sachen abklappern. Erstmal zu Alvena gehen, dann zu dem Hexbaum und dann zu Morla. Das ist so der erste Plan. Zu Alvena. So, und jetzt heißt es ja auch, durch den Eulenschädel greifen mich die Tiere... Also nicht mehr alle Tiere an. Was ja schon mal praktisch ist. So, Alvena wohnt hier. Hier sind wir ja schon mal begegnet. Satuaria hatte wohl ihre Gründe, als sie festlegte, dass sich keine Männer unter uns Hexen mischen sollten. Ach, du bist es wieder. Ja. Du bist eine Tochter Satuarias, eine Hexe, nicht wahr? Vielleicht kann ich dir ja behilftig sein. Aber, aber, das klingt ja, als meinst du, einem bestimmten Mann kann ich dir helfen? Nehmen wir mal das Erste. Niemand hintergeht eine stolze und schöne Hexe wie mich. Aha, sehr eitel. Und erst recht kein Tunichtgut wie dieser Danos. Wenn du mir helfen willst, dann bring diesen Armrei IV zu ihm. Das wird ihm eine Lehre sein. Was hat es denn mit dem Armrei IV für eine Bewandtnis? Sei bloß vorsichtig mit dem Reif, der ist nämlich verhext. Aber er ist ja auch nicht für dich bestimmt, sondern für diesen widerlichen Stinktroll Danos. Äh. Und was ist das für eine Hexerei? Eigentlich viel zu harmlos für das, was er mir angetan hat. Dieser Teppel wird sich für drei Tage in eine kleine stinkende Kröte verwandeln. Einen Streich, den er so schnell nicht vergessen soll. Drei Tage lang in eine Kröte. Nun, das würde ihn wohl nicht... Wohl in der Tat nicht umbringen. Also gut, gib mir den Reif. Ja, wunderbar. Wollen wir doch mal sehen, ob dieses Bauer, der ihn immer noch küsst, wenn er nur noch Quark und Quok sagen kann? Das wird ein Spaß. Wo kann ich da was denn finden? Diese treulose Ratte liegt bei Gut Dunkelforst. Bestimmt sitzt er nichtslos irgendwo auf einem Baumstumpf und träumt von... Nee, die Bekosungen dieses Strohpüppchens Firniane. Also eile dich, damit ich meine Genugtuung bekomme. Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein, wenn... Ach, sei gegrüßt! Ja. Was hab ich mir gedacht, dass da eine... Was ist deine Tochter Satuarias? Ich bin eine Hexe, aber sei unbesorgt. Ich werde dich schon nicht in deine Kröte verwandeln, solange du gute Absicht bist. Wir Töchter Satuarias lieben die Freiheit und sind gern eins mit der Natur und ihren Karm. Aber ich kann auch meine Krallen zeigen. Ich gehe hier einigen Geheimnissen nach. Was machst du hier im Dunkelnwald? Ich ziehe mit meinem Bogen durch die Welt, um die Spuren der Tiere zu verfolgen und etwas Essen für mich und meinen, die meinen zu erbeuten. Doch pass auf, was du sagst. Doch pass auf, was du sagst. Ich bin deine Tochter Satuarias, Bruder. Äh... Erzähl mir mehr vom Wald und der Jagd. Über die Jagd soll ich dir erzählen. Da kommt es auf zwei Dinge an. Du musst dich richtig bewegen, um das wirklich zu verschrecken und du musst mit dem Bogen gut umgehen können, um es zu treffen. Ja, das kennen wir ja schon. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Man sollte immer aufpassen, mit wem man sein Wissen und Können teilt. Aber du scheinst redlich um den Wald bemüht zu sein und bist bereit, uns zu helfen. Also sehe ich keinen Grund, dir nicht zu trauen. Ich kann dir den Umgang mit dem Bogen beibringen, wenn du willst. Ja, was kannst du uns beibringen? Betören? Ähä? Gezielter Schuss. Oh, Scharfschütze. Okay, für Scharfschütze brauchen wir ein paar mehr Steigerungspunkte erst einmal. Und da wäre noch Ausweich 2. Bräuchten wir... 13 Gewandtheit. Ja, okay. Balsam, Fulminictus. Sonny... Kavis, tiefer Schlaf. Äh... Ja, also... Ja, also... Ausweichen und Scharfschütze, das wären so die Sachen, die nützlich wären. Okay. Äh... Was kann sie uns noch sagen? Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein, wenn... Ach, sei gegrüßt! Ja, das kennen wir schon, wo ich ihn finden würde. Was ich dich gern fragen würde. Nur zu es angenehm ist, hier zu spielen. Ich meine zu plaudern. Aha. Kannst du mir etwas über den Dunkelwald erzählen? Der Dunkelwald stand schon immer lange, bevor wir Menschen in ihm nehmen. Wir Hexen spüren die dunkle Macht, die ihm liegt. Aber er gibt uns auch Zuflucht vor den Heschern der Paioskirche. Bislang zumindest. Da war ja noch etwas, was mich interessiert. Äh... Ist es dir nicht allein den hohen Herrschaften erlaubt, in dem Weltansatz? Ich wüsste nicht, wann Mutter Sumo solch ein Gesetz erlassen haben sollte. Also die Erdenmutter wissen wir als Geode. Wir ernähren uns von den Tieren und den Pflanzen des Waldes. So, wie wir es einst... Wie wir... Waldes so, wie sie es einst tun werden, wenn wir in die Erde eingehen. Aber seit die Festung Blutbergeneas steht, haben die Hexen auch keine Verfolgung. Durch die Schergen des Barons zu erwarten. Was ich noch wissen wollte. Du wachst einem aber auch Löcher im Bau. Ich hoffe, du willst nicht nur nach dem Weg fragen. Äh... Ich würde gerne ja was fragen. Der Kurs ist ein schönes Plätzchen. Wenn nicht dieses seltsame Einiges in Pferdung und ich im Dunkelwald wehren, könnte man es sich hier gut gehen lassen. Die Stadt konnte ich noch nie leihen. Dort stinkt es. Die Burschen wissen nicht einmal einen Bogen richtig zu halten. Aber das stimmt, es gab schon bessere Zeiten. Äh... Kannst du eigentlich auf einem Besen fliegen? Wie eine Hofmacht, die mit dem Gericht zu tun hat? Weil ich bevorzuge die starken Äste einer Eiche oder einer Kastanie zum Fliegen. Mhm. Äh... Ich muss jetzt gehen. Also, wir haben von ihr eine Quest. Und wir haben da oben wieder Feuer fliegen. Äh... Das heißt, wir meiden diese Feuerfliegen da oben. Gehen erst einmal weiter. Und ja, Bandstrahler würde ich auch erst einmal gerne meiden, soweit es geht. Ein paar Räuber zu hauen, dagegen habe ich allerdings nichts. Mein Atem geht ruhig. Ah, Quatsch. Da! Ah! 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 Auf zwei, rechts, rechts. Und nebenbei Gladys müssten wir eine pour-die Gewandtheit geben. Der kostet 350. Okay. Ah! 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 Die Räuber sind nämlich wesens noch leichte Gegner. Ja, da unten sind wieder Bandstrahler unterwegs, da hinten irgendwo. Äh, das war die falsche Karte, ja. Das ist die richtige, der Hexenbaum, der erste sollte hier sein. Das war die Karte, ja. So, kriegen wir jetzt auch da drin Schaden? Oh. Der Baum ist in ein paar Joden zum Opfer gefallen. Äh. Ja, unschön. Das wollte ich nämlich eigentlich jetzt vermeiden. Also, reden wir nochmal mit Alvene über ihr kleines Problem mit Danos. Gehen gleich zum Hexenbaum und da kümmern wir uns erst um die, äh, äh, Bandstrahler, die den Baum attackieren. Genau, im Allgemeinen ignorieren wir die Bandstrahler. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der jeden Praioten über den, über den Haufen hackt, der mir über den Weg läuft. Die Statuaria hatte wohl ihre Gründe, als sie festliegt. So. Das hätten wir. Dann hoffen wir mal, dass die Banditen auch immer noch da sind. Ah ja, da stehen sie rum. Sind nur ein paar weniger auf einmal. So, da wird die Bandstrahler uns da nicht bemerken. Und ja, die Quest hier. Erlange Alvenes Vertrauen. Danos, Alvenes untreuer geliebt, da soll in eine Kröte verwandelt werden. Zu diesem Zweck hat Alvene mir einen verfluchten Armreif mitgegeben. Jetzt muss ich daraus nur noch dazu bringen, diesen Armreif anzulegen. Keine Verbände dieses Mal. Hier mal ein Quicksave machen dieses Mal, dass wir den Hex auch dieses Mal retten können, hoffentlich. We're back! So, ja. So, das ist das, was wir? So. So, das war's? So, dass wir den Hex auch hier sehen. So, das war's? So, dass das war's? So, das war's? So, du machst einen Befreiungsschlag, du erhalst mal die Ruhe, du machst einen Vollbediktus.